Herzlich Willkommen mit allen Freunde zu Animal Crossing New Horizons. Bevor wir hier losgehen, müssen wir mal kurz ins Album gucken. Und zwar ab hier. Ich habe ja eine blaue Blume gezüchtet und seitdem fliegt hier so ein Ritterfighter herum. Der gibt uns 2500, das ist sehr schön. Dann habe ich so eine Honigwabe Wand gefunden als Rezept. Außerdem ein Wappentürschild, was sehr, sehr cool aussieht. Das ist eigentlich perfekt für Narnia. Dann haben wir noch einen neuen Bewohner, so einen komischen Kopf hier, Nashorn. Den fand ich, also der sieht schon irgendwie cool aus. Und auf seinem T-Shirt steht Gold. Nice. Dann habe ich noch die Brücke eröffnet. Im Camping-Dingsi-Boomsi war jemand. Deutschland, eine Romantik-Gartenbank und, ja, Rathauseröffnung hatten wir schon. Und diesen Keukarpfen, der war in diesem Teich dann. Genau. Und deswegen starten wir jetzt mal wieder hier zu Animal Crossing New Horizons. Ich war heute das erste Mal einkaufen während der Corona-Krise. Und ich muss sagen, das war schon, wow. Ich war im Aldi und dort musste ich erstmal noch 5 Minuten circa warten, bis ich rein durfte. Weil da gibt es jetzt eine Wartestange. Jetzt dürfen immer nur 50 Leute rein. Sehr interessant auf jeden Fall. Oh, Melinda will was sagen. Ich trinke aber mal eben was von meinem Kirsch-Zitronensprudel. Lecker. Ich habe aber nicht alles bekommen, was ich haben wollte. Ich wollte Tomaten, äh, geschälte Tomaten in der Rose haben. Aber die waren wieder ausverkauft. Und ich habe noch irgendeine... Ich wollte Sonnenblumenöl kaufen, aber das habe ich vergessen. Das war meine Schuld. Ja, guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Samstag, der 28. März 2020, 9 Uhr 25. Hier auf Nimmerland. Hier nun das Neueste für heute. Wir haben jemanden Neues auf unserer Insel. Heißen wir Lukas auf Nimmerland willkommen. Lukas, ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es uns freut dich hier zu haben. Und damit mache ich es wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ach, das war schon? Mann, ich dachte, wir kriegen vielleicht zwei Bewohner. Schade. Schade, schade, Schokolade. Dann kommt morgen wohl der nächste Bewohner. Okay. Vielleicht ist da wieder jemand im Campingplatz. So. Gucken wir mal eben hier, Post. Sam. Sam schenkt mir die ganze Zeit irgendwas. Irgendeinen random Kack. So, genug Shopping. Ich habe eine Elefanten-Dingsebumse gekauft. Wir wollten uns dafür bedanken, dass du mit Dodo Airline fliegst. Wir wissen, dass du nicht viele Auswahlmöglichkeiten hast, aber trotzdem danke am Ball. Ein kleines Dankeschön zur Kundenbindung. Oh, cool. Das ist nett. Äh. Achso, nee. Das ist das Papier dieser Stern da. Dann gucken wir mal hin. Wir laufen heute mal als Schnösel herum. Sonnenstuhl. Sonnenstuhl. Sonnenstuhl ist cool. Oh. Sorry. Geschenk. Was haben wir hier? Eine Dallaugenmaske. Oh. Hübsch, hübsch. Hübsch, hübsch. Aber der Sonnenstuhl. Oh. Perfekt. Der ist ja schön für den Strand. So wie die Elefanten-Dingsi. Äh. Haben wir eine neue Farbe? Äh. Oder? Ist sie neu? Oder ist das hier die andere Farbe? Es gibt, glaube ich, immer drei Farben. Und eine von den beiden ist neu. Also orange ist... Hä? Orange ist auch neu. Genau. Naja. Gießen. Machen wir mal eben schnell. Düdududum. Äh. Och, man. Das ist immer so viel zum Gießen. Ich hätte ganz gerne eine goldene Gießkanne. Das wäre cool. Aber ich weiß gerade gar nicht, wie man die herstellen kann. Ob man die hier auch vergraben muss. Und dann irgendwie fünf Tage später... Oh, guck mal. Da oben. Das Haus. Da ist Lukas eingezogen. Ich habe nämlich gestern noch die Häuser verteilt. Gucken wir uns gleich eben auf der Karte an. Ja. Das hier eben. Oh. Eine neue Farbe, wie ich sehe. Von diesen Dingern da. Perfekt. Perfekt. So. Dann möchte ich auf jeden Fall euch hier noch gießen. Ich gieße nicht mehr alle. Das ist mir einfach zu aufwendig. Ja. Ach ja. Meine Getränke, ja. Ich kaufe immer Zitronensprudel, ne. Im Aldi. Und da waren die ganzen Flaschen kaputt. Was ist das denn? Aber habe ich erst bemerkt, als ich am Auto dann war und die Sachen einräumen wollte. Dann lief irgendwie alles aus. Da dachte ich mir, okay. Okay, okay. Wieso ist das jetzt? Wieso ich? Mann. Ich war doch so nett. Ich habe immer Platz gehalten und so. Und dann sowas. Egal. So. Euch gieße ich auch nochmal. Wenn ich schon hier bin, ne. So. Und hier sind meine... Nice. Hier haben wir noch... Da ist dieser Schmetterling, von dem ich gerade geredet habe. Der kommt durch die blaue Lieder da. Dingsybums. Und der gibt uns 2500. Ist das nicht cool? 2500. Das ist echt ein Traum. Das ist ein Traum, Leute. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und schade, dass hier keine weitere Blume gewachsen ist. Das macht mich traurig. Also ich weiß gar nicht, wie die da jetzt entstehen konnte. Durch die beiden? Muss ja, ne. Muss ja. Weil hier sieht man ja vor mir, die hier, die wurde von dem beiden. Oder von der und der gemacht. Naja. Wir gießen mal hier fleißig weiter. Ist Dingsybums die endlich ausgezogen? Ne, die ist immer noch da. Ja, auf der Karte rechts sieht man jetzt, wo ich noch zwei Häuser angezeichnet habe. Oh, da kommt der Geldbaum gleich hin. Da links einmal und dann an so einem Berg. Ich habe auch so einen Aufgang schon gebaut. Ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge gemacht haben. Aber auf jeden Fall ist er jetzt fertig. Zu Melinda gehen wir als letztes. Oh, nice. Bambus. Oh, ich habe nur die Axt mit. Ne, ne. Doch, ich habe nur die Axt mit. Ne, dann noch nicht. Dann noch nicht. Aber ich könnte ja ausbuddeln. Wo ist denn meine Schaufel? Oh, ich habe keine Schaufel mit. Oh, das ist nicht so gut. Egal, gehen wir mal eben. Ist das Unkraut? Ja. Nehmen wir mit. Habe ich euch gegossen? Ne. Hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Genau. Eins neben Nook habe ich noch. Gegen Nepp und Stepp gemacht. Damit das nicht allzu nervig ist. Dass da irgendwie gar nichts mehr ist. Ich trinke mal eben noch was. Hallo, hallo. Willkommen in den Uxlan. Hä? Ich dachte, die machen das nicht mehr. Das nervt eher. Ich will was verkaufen. Sehr gerne. Was hast du denn anzubieten? Sonnenstuhl, Dinatresen. Obwohl, die beiden können wir eigentlich dann platzieren. Das. Mehr habe ich aber nicht, ne? Ne. Okay, die Muschel hätte ich vielleicht noch. Aber das ist nicht so schlimm. Also, das ist nicht so schlimm. So. Ich kaufe mal hier wieder was ein. Die Rockgitarre. Wie viel kostet die? Umso teuer, umso besser. Denn langsam müssten sich vielleicht Nepp und Stepp mal hier weiterentwickeln. Weil ich so viel gekauft habe. Allein schon von den Böden. Habe ich eigentlich meistens immer alles gekauft. Ne, Nepp und Steppi? Was sagt ihr? Wollt ihr nicht mal langsam hier größer werden? Das finde ich eigentlich ganz schön cool. Wenn ihr das mal machen würdet. Okay, nein. Und was ist, wenn ich euch jetzt hier wieder... Oh, neue Sachen? Ne. Ne, neu ist hier gar nichts. Mein erstes. Ne, das ist auch nicht neu. Umgestaltungsding. Umgestaltungsding ist richtig teuer, finde ich. Ähm, Tapeten. Weiß ich nicht. Also, so schön sind die jetzt hier nicht, ne? Hm. Komm, ich kauf dich, weil du... Weil du irgendwie... Und ich kauf die teure da. So. Leute. Ich hab jetzt hier bestimmt über 50.000 schon gelassen. Ihr könnt euch jetzt langsam hier mal expandieren. Oder größer werden. Größer werden. Ich will was verkaufen. Sehr gern. Was hast du anzubieten? Ich habe das, das, das. Und das. Habe ich noch was gekauft? Ja. Hier. Die Muscheln kannst du jetzt auch nehmen. So, krieg ich dafür 1.000 oder 2.000? Oh, 3.500 sogar noch. Super. Dankeschön. Und... Oh. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, schade. Mist. Ich dachte, die kaufen jetzt. Äh, die sagen. Komm. Wir machen den Laden größer. So, wir besuchen mal. Lukas. Och, Mann ey. Ich wollte nicht gießen. Ich wollte nicht gießen. Ach ja, hier hinten habe ich auch schon eine Blume. Die hat uns bis jetzt aber noch nichts gebracht. Oh. Da will jemand was von mir. Das reizt du nie. Ich muss dir unbedingt was sagen. Komm, besser noch etwas näher. Warte mal. Äh. Was war das noch gleich? Hallo? Corona-Time? Ich darf nicht so nah zu dir kommen. Wie cool findest du die Emotion Neugier, Flieb? Ich meine, wenn ich voll was wissen will, dann denke ich nach und hey, ich habe eine Idee. Egal, probier es einfach mal aus. Manchmal mache ich es nur. Oh, cool. Wir haben eine neue Emotion. Neugier? Hm? Oh, das ist natürlich cool. Cool, cool, cool. Neugier. Blüm. Okay. Das hätten wir auch geklärt. Ähm, ja. Oh, die haben wir bewässert. Hier oben habe ich ein paar Bäume gepflanzt. Und sieht interessant aus, das Haus. Sieht interessant aus. Oh. Oh, hat der eine coole Tapete. Richtiger Boxering hier. Hey, Moritz. Danke nochmal, dass du mir Nimmerland so schmackhaft gemacht hast. Danke dir. Dank dir habe ich heute mein Debüt auf dieser Insel gegeben. Ich werde hier bestimmt groß rauskommen. Aber erst mal muss ich auspacken. Bis bald also. Oh, die Tapete ist echt cool. Die hätte ich auch gern. So eine animierte. Nice. Das ist schon cool. Mega cool. Der Glückspilz. Habe ich da links eigentlich auch noch ein Haus gemacht? Ne, habe ich nicht. Weil ich kann ja jetzt hier keine Brücke mehr hin machen. Das heißt, ich müsste das hier später irgendwann ein bisschen nach rechts, nach links schieben. Damit das noch klappt. So, die Leiter habe ich natürlich nicht mit. Deshalb gehen wir jetzt mal zu Melinda. Mal gucken, was die uns noch so sagt. Oder wir könnten auch mal zum Campingplatz gehen und meine Schaufel vielleicht holen. Und wenn ich keine mehr habe, dann muss ich wohl eine machen. Oh, hier ist der Geldbaum. Geldbaum, Geldbaum. Oh, da war gar nicht so viel drin, oder? Doch, 10.000. Super. Werden die Geldbäume eigentlich danach zu normalen Bäumen? Das ist auch noch so eine Frage. Fragen über Fragen. Ach ja, stimmt. Eine Schaufel. Eine Schaufel. Mal gucken wir mal, ob wir noch eine Schaufel haben. Und eine Axt wäre ganz cool, glaube ich. Oder, brauchte ich gerade eine Axt? Ja, stimmt. Für das Bambus. Für den Bambus. Schaufel. Axt haben wir noch? Schaufel haben wir nicht mehr. Was brauchen wir für eine Schaufel? Ich habe, glaube ich, eh alles dabei. Ah ja, mein Inventar ist größer. Ich zeige es euch gleich nochmal kurz. Ne, ich habe auch Hartholz brauche ich dafür. Okay. Hartholz. Guck, ich habe jetzt hier rein. Cool. Hat mir eigentlich nur 9.000 Meilen gekostet. Oder 8.000. War schon sehr teuer. So, Hartholz. Ich glaube, ich muss auch, obwohl wir haben eigentlich noch genug Holz. So. Was soll ich tun? Etwas herstellen. Oh, ich habe bei Disney Plus jetzt fast die Zauberer von Mervely Place durch. Dann kann ich die Tage mit der nächsten Serie anfangen. Finde ich mega gut. Und Star Wars und Clone Wars bin ich noch ein bisschen enttäuscht, weil ich warte immer noch auf Ahsoka. Das ist nämlich mein Lieblingscharakter aus dem Star Wars Universum. Und die kamen noch nicht. Die kamen noch nicht. Und ich bin schon mal Folge 3 oder 4. 4, glaube ich. Das finde ich sehr traurig. Ja. The Mandalorian muss ich heute noch anschauen. Die dritte. Das dritte Kapitel. Dritte Folge. Whatever. Ich brauche Eisen. Oh, ich muss glaube ich. Ja, Eisen wird langsam knapper. Wird langsam knapp. Was soll ich tun? Etwas herstellen, bitte. Und zwar eine Schaufel. Dankeschön. Perfekt. Die Schaufel ist fertig. Genug fürs Erste. Ich habe mir außerdem wieder Kartoffeln gekauft. Oh, endlich wieder Bratkartoffeln. Ich hatte, glaube ich, jetzt drei Wochen keine Bratkartoffeln mehr. Das ist schon traurig genug. Genau. Wir holen uns noch eben die ganzen Sachen hier. Und danach gehen wir zu Melinda. Das ist schon wieder so ein Ritterding. Ich meine, es ist echt cool, dass du da bist. Das ist ein Ritterding, ne? Aber. Junge, Junge. Komm her, Schatzi. Ich will dich fangen. Ha, ich habe dich. Ich habe dich. Kannst du mit der Rüstung überhaupt fliegen? Ja, kann ich. So. Ach, da pass ich nicht durch. So. Schaufel. Schaufel. Ein Fossil. Äh. Ich finde es schade, dass es diese Dinger nicht mehr gibt. Diese Georgien. Die haben mir einerseits viel Geld gegeben. Und. Haben mich manchmal auch genervt, weil ich lieber Fossilien haben wollte. Aber die waren echt cool. Die waren cool. Ah, sie hat gegossen. Ich habe es gesehen, Jesse. Danke, Jesse. Dass du mir hier hilfst, die ganzen Blumen zu. Dingsen. Zu gießen. Ähm. Axt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eigentlich reichen auch die hier, oder? Ich weiß gar nicht, wie viele Bambus ich überhaupt haben will. Also von mir aus können die auch jetzt hier reichen. So viel brauche ich jetzt auch nicht davon. Glaube ich. Zählen. Es gibt coole Bambusmöbel. Dann wäre es schon cool. Dann wäre es schon sehr cool. Naja. So. Gehen wir erstmal. Boah, ich kann mich mit dieser Augenklappe nicht ernst nehmen. Ach, Sam hat mir das andere geschenkt, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Wo mache ich denn den Strandspielplatz hin? Mache ich den hier hin? Ja, ne? Dann mache ich den hier hin. So, Elefanten-Ding. Komm mal hier raus. Platzieren. Och, die Farbe ist aber noch nicht so schön. Och. Weg damit. Ah. Ist nicht so meine Farbe, aber egal. Und hier kann der Sonnenstuhl hin. So. Bitteschön. Ah. Entspannung pur. Okay. Dann gehen wir jetzt noch eben zum Campingplatz. In dem Pfirsichwald. Da habe ich auch mittlerweile eine Brücke. Och. Die müsste ich eigentlich auch gießen, ne? Mach ich nachher. Bist du drin? Och. Sie ist drin. Ich hoffe, sie zieht aus. Ich habe die so oft geärgert. Die muss jetzt mal langsam hier ausziehen. Oh, sie zieht immer noch nicht aus. Ich raste aus. Zieh du endlich weg. Hä? Was wollte er? Wieso war er in meinem Haus drin? Ich habe dir Sachen gestohlen, damit du endlich ausziehst. Mein Gott. Ist das so schwer zu verstehen? Oh. Der Pfirsichwald ist fast fertig. Das finde ich sehr, sehr gut. Gehen wir mal kurz hier gucken. Ne. Ist noch keiner. Den hier werde ich irgendwann noch umplatzieren. Vielleicht etwas weiter nach da. Damit man hier echt einen schönen Pfirsichwald hat. Guck mal. Wow, oder? Oh Gott. Unkraut. Weg damit. Weg damit. Unkraut kann ich ja später machen, wenn ich wirklich alles hier geschaffen habe. Ja. Skille war wieder da. Mal gucken. Obwohl, der liegt meistens am anderen Schrand. Ja. Stimmt. Hier liegt der eigentlich nie. Sehr gut. Dann habe ich meinen Stab. Ja. Stabi habe ich. Hopp. Hopp, 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 hopp. Gucken wir mal, was Melinda... ...und so zu sagen hat. Haben wir den neuen Bewohner besucht? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Oh. Tina ist wieder da. Hallo. Morgens ist die ganze Welt wunderbärchen. Lass uns plaudern. Ach, mein Ohr. Heute habe ich etwas verschlafen, aber es macht nichts. Jetzt kann ich Frühstück und Mittagessen gleichzeitig essen. Super. Was sind denn unsere Aufgaben, dass wir noch nichts gemacht haben hier? Ich habe so viel gemacht. Schieße Ballon ab. Aha. Okay. Hallo, Tina. Guten Morgen, Moritz. Schön, dass du mal bei mir vorbeischaust. Womit kann ich dir denn heute dienen? Zeig mir dein Angebot. Aber natürlich. Schau dir ganz in Ruhe an, ob du davon etwas kaufen möchtest. Ich hätte gerne weiße Hose. Ich glaube, die ist ein bisschen klein. Was ist das denn hier? Ein paar Füßlinge. Oh, die sehen eigentlich süß aus. Jeanskleid. Schleifchen. Melone. Die fühle ich cool. Die fühle ich cool. Ja, ist gekauft. Alter. Bitteschön. Dafür gebe ich doch gerne mein Geld aus. Tina, ja. Und so ein Füßling hätte ich auch noch ganz gerne. Der sieht lustig aus. Der erinnert mich ein bisschen an Aladdin. Und der an Schuhe. An ägyptische Schuhe. Möchte ich die schwarzen Stiefel auch haben? Ja komm, kaufen wir auch mal. Ja, Steilkappenschuhe. Muss ich damals in der Schalerei kaufen. Extra kaufen. Das war was. Und seitdem habe ich die nie wieder angezogen nach dem Praktikum. Das war so unnötig. Aber okay. Tragen. Okay. Können wir die wieder... Achso. Ich trage euch lieber. Und die Füßlinge würde ich mir gerne anschauen. Da muss ich aber... Oh. Ach stimmt. Wir müssen auch den Geldding-Siebum-Siederleicht machen. Die bitte ausziehen. Ich nehme die Füßlinge. Sieht lustig aus. Sieht ein bisschen aus wie Sandalen. Sandalen. Okay. Mein Schmetterling ist nicht nah. Macht nichts. Hier ist noch ein Geldbaum gewesen. Hier. Hoppi, hoppi. Nice. Geld, Geld, Geld. Oho. Dankeschön. Da tun wir jetzt wieder hier 10.000 rein. So. Vergraben. Perfekt. Und du kommst in mein Geldbeutel. Perfekt. Ja, cool. Also, ne. So langsam nimmt die Stadt hier Gestalt auf. Ich möchte immer noch die Wege funktionen. Ich habe mich noch nicht erkundigt, äh... wie man die bekommt, aber... Ich denke mal, ich werde dir jetzt mal die Tage bekommen, oder? Ich hoffe es zumindest. Ist mein Haus eigentlich größer geworden? Weiß ich nicht. Ah, Moritz. Hallo, hallo. Moritz, ich bin einfach überglücklich, dass du beim Bau des Campingplatzes geholfen hast. Uns erreichen immer mehr Anfragen von interessierten Kunden. Ich kann unseren Erfolg kaum fassen. Ja, ja. Ein meisterlicher Plan von mir. Leute mit dem Campingplatz zu begeistern. Alles ist bereit für mehr Besucher. Und damit hoffentlich über kurz oder lang auch mal Anwohner. Wir müssen nur die Daumen drücken, dass sich das gute Renommee von Nimmerland auf verbreitet. Das ist zugegebenermaßen oder schwierigste an dem ganzen Plan. Nur keine Sorgen, Chef. Solange wir uns alle anstrengen, werden wir Kaka sicher irgendwann zu einem Auftritt hier bewegen. Das stimmt doch, Moritz. Findest du nicht auch? Träume werden wahr. Melinda, Moritz. Ich danke euch beiden von Herzen. Jetzt bin ich noch hundertmal entschlossen, aus dieser Insel ein wirtschaftliches Wunder zu machen. Die Arbeit geht weiter und Moritz, wir zählen weiterhin auf deine Hilfe. Wenn du bereit bist, komm einfach und frag mich, was soll ich tun? Wir gucken uns aber erstmal den Shop an. Ah ja, es gibt etwas zu besprechen. Und zwar geht es um unseren Campingplatz. Man kann zwar einfach auf Besucher warten, aber du kannst auch selbst aktiv werden. Du kannst nämlich ab sofort per Amiibo-Gäste auf den Campingplatz einladen. Ich habe keine Amiibos, Leute. Gehe einfach zum Look-Portal. Der Service funktioniert mit Amiibo von Animal Crossing Charakteren. Habe ich nicht. Ich habe keine Animal Crossing-Dinger. So. Oh, ich glaube 300 ist das Maximale, ne? Schade. Look mal ein Einlösen. Mal gucken, ob wir hier was Neues haben. Ne. Irgendwelche Zäune. Ne. Oh, die fälscht einmal was schön. Die würde ich mir mal merken. Aber der Rest ist nicht so. Ist nicht so meins. genug Shopping. Was haben wir hier? Schon wieder die Elefantenrutsche. Ja. Cool. Cool. Ja. Danke, danke. Das hat sich gelohnt. Obwohl, bei einem Konzo könnten wir mal eben gucken. Dass wir wieder was einzahlen. Ein paar Einzahlungen. Ach ne, ich will keinen Kredit bezahlen. Ich will hier einfach nur Einzahlung. So. Okay. Perfekt. Bitte wählen Sie einen der folgenden Servicemöglichkeiten. Okay, vielen Dank. Okay. Äh. Alter, ich bin manchmal zu blöd. So. Ah, Moritz, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Was soll ich tun? Ja, ja. Lass mich dir rasch den letzten Schritt zur Vollkommung von Projekt K erläutern. Also, meine Fotos sind immer am Puls der Kultur. Ich hab mich mal umgehört und der Fall ist klar. Unser Image gehört aufgewertet. Virale Werbung mit selbsttragender Sorgwirkung. Das ist der letzte Schrei. Die gute Melinda erzählte mir. Sie war es auch, die unsere ganzen Marketingdaten ausgewertet hat. Melinda hat ganz sicher ganz geniale Einfälle, wie wir für ein schillerndes Insel-Image sorgen können. Eine größere feste Bewohnerschaft, noch Postkartenreifere Umgebungen. Die Möglichkeiten sind endlos. Wenn alle mitmachen, können wir Nimmerland zu einem wahren Inselparadies für Keller verwandeln. Die Infrastruktur dürfen wir zwar nicht vergessen, aber auch auf die Optik kommt es an. Das Auge urlaubt mit. Zeit, die Insel mit schönen Blumen und feschen Dekorationen zu verschönern. Dann mal allerherzlichen Dank für deine werte Mitarbeit. Okay, Eigenheim. Ich weiß nicht, ob unser Raum größer geworden ist. Müssen wir nachher mal schauen. Sollen wir über dein Haus reden? Worum geht es denn? Ich will... Oh, ich will renovieren. Aber ich habe kein Geld. Ne, ein anderer Mal. Ein anderes Mal. So, hättest du sonst noch irgendwann... Ja, Eigenheimberatung. Ich will anbauen. Hm, solange du noch ein... Achso, ich habe ja noch einen Kredit. Stimmt ja. Sorry, Nuki. Ich wollte dich nicht nerven. So, Melinda. Oh, Moritz. Guten Morgen. Achso, stimmt ja. Herr Nuki erwähnte es ja bereits, aber ich leite das offizielle Komitee für Erhebungen zum Insel-Image. Mitglieder haben wir zwar nur eins, nämlich mich, aber hey, zu Scheffeln wird man trotzdem nicht alle Tage. Jedenfalls kann ich jederzeit verraten, was die Welt so über unsere Insel denkt. Frag einfach. Also dann? Wie kann ich dir heute helfen? Ähm, ja. Oh, na sowas. Also, wenn du über das Insel-Image sprechen willst, bist du bei mir richtig. Ich freue mich sehr. Dann erkläre ich dir schnell, wie unser offizielles Image-Umfrage-Komitee, also das bin ich, ich bin das Komitee, jedenfalls, wie das mit dem Image-Umfangs so läuft, befragt werden Leute von hier, aber auch Besucher. Und aus all den Antworten wird dann eine Wertung gebildet, ein bis fünf Sterne, ganz simpel. Das schließt alles mögliche ein, prächtige Natur, hübsche Deko, die strukturelle Fortentwicklung. Schlicht gesagt heißt das, je mehr Einwohner, je reicheres Dekor und je schönere Natur, desto mehr Sterne. Fünf Sterne sind natürlich die Traumwertung einfach, oder? Und je hübscher, charmanter und gepflegter wird die Insel machen, desto rascher fünf Sterne für uns. Unsere Bewertung beträgt zur Zeit einen Stern, was? Also, die meisten finden, dass man eigentlich noch vieles besser machen könnte. Da wäre auch noch was. Das würde ich gerne direkt vorlesen. Oh Gott, allzu viel los ist dort nicht, aber das finde ich gut. So still und gemütlich, dass da gerne bleiben. Das ist jetzt keine Hilfe, Milena. Äh, die sind ja alle von derselben Person. Oh je, oh je, gut, immerhin ist diese Person ja recht zufrieden und so. Aber wir brauchen wirklich dringend mehr Einwohner, damit sich unser Ruf auch etwas rumspricht. Wachstum ist das Geburterstunde. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Leute zu uns ziehen. Mehr Einwohner, mehr Meinung und mehr gute Publicity. Äh, ja, cool. Ich habe ja eine ziemliche Klatsche bekommen. Aber okay, ich habe kaum Dekodinger, aber ich habe einen riesigen Viersigwald, ja? Das ist bestimmt der eine Stern, Leute, ich sage es euch. Der Viersig. Mann, ey. Das heißt, ich muss, glaube ich, Sachen craften und so dekorieren. Oh, das wird ja was. Na gut, ich sehe da hinten ein Loch. Das machen wir noch. Und dann geht's. Ein bisschen an Dekorieren. Aber ich möchte eigentlich erst Dekorieren, wenn ich auch hier die Wege machen kann. Tom Nock. Du nervst mich. Du nervst mich einfach. Oh, danke schön. So. Dich machen wir auch noch weg. Gleich mache ich mir ein leckeres Brot mit Schinken. Oh, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker schön. Wollte eine Toilettenpapier kaufen, aber irgendwie habe ich mich nicht getraut, welche zu kaufen. Das heißt, ich muss nächstes Mal wirklich Toilettenpapier kaufen, sonst habe ich nichts mehr. Ja, kann ich hiermit eigentlich auch was machen? Nee, ne? Nee, schade. Ja, Leute. Hier sind auch noch 10.000 Blumen. So. Dann hier. Perfekt. Kann man mit Leuten gemeinsam bauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, dass derjenige auch Sachen wegnehmen kann und so. Das wäre schon ganz cool. Weil, ich weiß nicht, ob ich so ein guter Dekorateur bin. Ja, ich glaube nämlich nicht. Ich finde auch nicht mal die Zäune, die ich bei mir da hinten platziert habe, schön. Das wäre schon hier. Wow. Wow, 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 wow. Aber um 11 mache ich erst mal Sport. Dann. Oh Gott, stimmt ja. Dadurch muss ich die Pfirsiche alle ernten. Aber ich wollte mal eben noch ein Rezept hier gucken. Und wir machen gleich noch ein Meilen-Ticket. Das machen wir auf jeden Fall in jedem Part ab jetzt. Vielleicht haben wir Glück und finden irgendwas Cooles. Zum Beispiel in einem Wald mit voller Bierenbäume. Kann ich die direkt anpflanzen. Oh, hier scheint nichts zu sein. Keine Flaschenpost. Oh doch, da ist sie doch. Dich habe ich doch gesucht. Äh, öffnen. Okay. Funktionaler Gartenstuhl. Klingt gut. Klingt gut. Wollen wir mal gucken. Oh, ich wollte keine Aufnahme machen. Ich wollte ins Inventar gucken. Ne, ich wollte hier gucken. Oh, ja. Es sieht nicht so besonders aus. Aber egal. Egal. Ach, Mann. Dieses Egal ist so cool. Oh, ich mag meinen Wald hier. Weil ich dachte mir, so Campingplatz gehört für mich. in einer kleinen Lichtung. Im Wald. Im dichten Wald. Das finde ich cool. Und so habe ich es jetzt auch gemacht. Ach, den Geldstein müssen wir auch noch suchen. Aber ich würde sagen, ich lage erstmal die paar Sachen hier ein. So. X. Du ins Inventar. Das in Inventar. Das kann ich alles verkaufen. Die kann ich auch verkaufen. Inventar. 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 Ach, ins Lager meinte ich natürlich. Schleifchenmelone. Kann auch ins Inventar. Oder soll ich das mal anziehen? Zeig mal her. Okay, sieht lustig aus. Komm. Nehm ich mit. So. Äste auch. Und der Rest kann ich verkaufen. Oder zum Museum. Weil ich hier so kurz AFK herumstehe. Heißt es, ich trinke gerade was. Weil trinken ist wichtig in dieser Zeit. Und wie die Forscher sagen, alle 15 Minuten soll man was trinken, damit Corona in die Magensäure kommt. So. Falls man es irgendwie aufgenommen hat. Huhu. Huhu. Hallo Eugen. Pardon. Guten Morgen Moritz. Willkommen im Museum. Wie darf ich Ihnen helfen? Ich möchte ganz gerne Fossilien analysieren lassen. Guck mal. Guck mal. Zwei Stück habe ich heute gefunden. Ich weiß, es gibt vier, aber ich habe die anderen noch nicht gefunden. Huch. Nicht nur einen Pfund, sondern gleich mehrere. Oh. Was ein Glücksfall. Die haben wir noch nicht. Bitte spenden Sie. Bitte spenden Sie doch. Bitte. Jede Spende macht mich glücklich. Kann ich Ihnen sonst noch helfen? Ich will etwas stiften. Eugen. Was? Echt? Haben Sie denn überhaupt was? Ja, ich habe ein Trilobit. Und ein Spinosaurus-Schäde. Huch. Gleich mehrere Stücke. Jawohl, jawohl. Welch Freude, Freude, Freude. Eierkuchen. Ich will... Ähm. Ich habe ja gar nichts mehr. Wir gucken mal kurz ins Museum. Ich habe nämlich gestern festgestellt, dass wir schon ein Tier komplett haben. Und den googeln wir dann gleich auch mal kurz. Dann kann ich ein bisschen was sagen. Wenn der gelebt hat und so. Ne, mach ich nicht. Ist mir zu nervig. Ähm. Wir gucken mal einmal. Bist du auch vollständig? Ne. Ne. Sah nur so ein bisschen aus. Oh, er hier ist aber vollständig. Igonadon. Parasutus. Okay. Cool. Der Tyrannosaurus ist auch fast fertig. Ist auch mega cool. War hier oben eigentlich noch was? Ne. Da links ist nichts. Okay. Denn wir haben noch ein Tier fertig. Ein Tier. Ein. Ja. Uhrzeittier. Sagen wir mal so, ja? Nämlich einen großen Elch hier. Wow, ist der groß. Oh, falsches Schild. Mega Seppos und Riesenhirsch. Riesenhirsch. Der sieht echt cool aus. Der sieht wirklich cool aus. Der gefällt mir sehr. Kann sein, dass diese, ähm, hier, diese Linien zeigen, wer von wem, ähm, gedingst wurde, erschaffen wurde? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Egal, egal. Egal. Wir machen jetzt noch mal ein Ticket. Sind wir wieder bei 40 Minuten. Ist eigentlich in Ordnung, finde ich. Haben eigentlich alles soweit gemacht, was wir heute machen konnten. Nämlich Blumengießen. Mit Melinda schön gesprochen. Das Museum, wir haben uns noch mal kurz angeschaut. Äh, Geldbaum gefunden. Ah, ah, den Geldbaum. Haben wir den schon? Ja, ne? Ich meinte, den hatten wir schon. Ja, hatten wir mit Tina gesprochen. Und ich hab schon wieder vergessen. Achso, mein Ticket. Ja, sorry, Leute. Ich bin ein bisschen vergesslich, aber nimmst du mir nicht übel, ja? Bitte, bitte, bitte. Nimmst du mir nicht übel. Und wie krieg ich jetzt eine Parkbewertung von 5 Sternen, Alter? Oh mein Gott. Also mit einer schlafenden Melinda, ja? Da geht das aber auch nicht. So, Nugmalen einlösen. 11.000. Da können wir uns ruhig mal ein Ticket kaufen. Ja, einlösen. Ey, bei den Burken, ja? Da wollte ich eigentlich am Anfang ähm, ne Steinmauerbrücke nehmen. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, weil die Holz-Dingsi-Bumsi, die war da zwar teurer, aber die war auch schön. Die war auch echt sehr, sehr schön. Und dann hab ich mich doch für diese Stein-Dinger da, äh, für das Holz entschieden. Äh, aber nur wirklich knapp. Denn ich fand beides schön. So, schnappen wir uns mal das hier. Was ist das hier? Achso, ändere dein Aussehen. Ja, egal. Dann gehen wir mal zur Insel. Achso, wir wollten doch das hier schnell verkaufen. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz wir auf der Insel brauchen. Weil wenn's ne Gutes, dann ist es echt ne Gute. Dann ist es ne Gute. So, was gibst du mir hier heute? Fass. Okay. Mann, da steht irgendwie nie Obst oder so. Ah, guck mal, jetzt haben sie nicht mit mir gesprochen. Seltsam. Vielleicht immer nur einmal am Tag. Das kann natürlich auch sein. Ich will was verkaufen, Leute. Das, 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 das. Ah, morgen kommt der Dingsi wieder. Ich wollte eigentlich morgen Abend aufnehmen. Aber wir müssen ja Rüben kaufen. Oder ich mach das offscreen. Und mache wieder ne Aufnahme. Also, ne, kurz ein Bild. Dass ich Rüben gekauft hab. Das könnten wir so auch machen. Dann kann ich dann morgen Abend dann aufnehmen. Damit wir auch mal die Nacht hier begutachten können. Mit etwas Glück haben wir dann ne Sternennacht. Das wär auch ganz cool. Morgen ist Sonntag, ne? Ja. Ja, müsste er nauen. Dann müsst ihr euch aber nicht wollen, dass der Part erst um 22 Uhr kommt oder so. Ah, der Tonne-Demand. Hallo. Alles gut bei dir, Rumpel? Ich will plaudern. Ideales Outdoor-Wetter. Da freu ich mich. Ja, ich möchte mal Regen haben. Ich hatte noch kein einziges Mal hier Niederschlag. Und alle anderen haben irgendwie oft Regen. Und ich? Ich bekomme nie Regen. Ich muss immer die scheiß Blumen da gießen. Wisst ihr, wie anstrengend das ist? Boah. Oh Gott. Ja. Oh Gott, Leute. Darauf einen Schluck Kirschtee. So. Hallo. Hey, hey. Willkommen am Tor zu den Lüften. Vom Flughafen. Wie heißt unsere Insel in dem Allland? Mein Ticket. Oh, sehr mein Ticket. Da wollen sie doch bestimmt, dass sie auch direkt benutzen. Ja, natürlich. Abheben. Schattler machen. Auf geht's. Super. Ab in die Luft mit dir. Mit etwas Glück finden wir neue Bewohner. Mit etwas Pech nicht. Donner einspricht dir. Donner Tower. Alles klar. Okay. Dann guten Flux. Du, 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 du. Flatter, 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 flatter. Ich hätte ganz gern mal hier ein Zebra. In. Ne, wie hieß denn der erste Teil? New Leaf? Ne, New Leaf, weil der auf den 3 der ist, ne? Der für den DS. Ach, wir haben die. Ach, nicht schon wieder Nashorn. Als ob wir die ganze Zeit nur Nashörner bekommen. Wir haben jetzt drei Nashörner, oder was? Oh, hallo. Oh, schön dich zu treffen. Ich bin Rüdiger. Ich besuche heute diese Insel. Du bist Moritz von Nimmerland, wie cool, nette Insel hier, was? Ja, komm. Komm dann her halt, Rüdiger. Ah, ja. Komm, komm doch zu uns. Ja, ja. Bei uns gibt es ganz, ganz viele Nashörner, ja? Mein Gott. Als ob meine Stadt jetzt Nasshorn-Stadt wird. Ich mag Nashörner nicht mal. Und jetzt kriege ich hier nur noch Nashörner. Hä, ich komme da gar nicht rüber, oder? Oder ist denn ein Weg? Doch, da ist ein Weg, oder? Ne. Ich komme da gar nicht hin. Oder ich muss den Stein hier zerstören. Oder, was machst du? Och, Geld. Nice. Aber warte, ich kann da noch weiter drauf hauen, ne? Perfekt. Okay. Okay, das heißt, wir müssen essen. So, yummy, yummy, yummy machen. Essen. Ham, ram, ram. Und, den Stein jetzt hier kaputt machen. Vielleicht können wir dann rüberspringen. Vielleicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte... Äh, ein Versuch wert sein. Klappt's, klappt's? Es klappt. Es klappt. Oh mein Gott, es hat geklappt. Ich fasse es nicht. Ich dachte schon, ich komme hier gar nicht drauf. Auf der Insel war ich nur gar nicht. Ne. So, dann... Wollen wir mal gucken, was das jetzt hier ist. Oh, geil. Geld. Geld ist super. Was ist das Wichtigste im Leben? Natürlich Geld. Ja? So, dankeschön. Oh, ich werde reich, Leute. Ich werde reich. Oh, die Insel hat sich gelohnt. Allein für mein Reichtum. Und weiter Narnia bedankt sich, Leute. Oh, scheiß auf Nimmerland. Ich reise nach Narnia. Und tschüss, tschüssi. So. Obwohl, Narnia hätte auch gepasst als Name. Weil in Narnia können auch viele Tiere reden. Stimmt. Animal Narnia. Aber ich warte noch auf Animal Crossing New Kingdom. Damit ich dann Narnia nehmen kann. Und dann bin ich der König von Narnia. Ja, perfekt, Leute. Perfekt. Geld, Geld, Geld. Ich, Liebe, Mein, Geld, So. Ja, wir sind bei So stehen geblieben. Denn ich konnte noch nicht fertig aussprechen. Sehr. Ach, bitteschön. Das sind fast 80.000 wären es vielleicht. Oder es wären es vielleicht... Ne, 31 sind hier, glaube ich, nicht drin. Ich glaube nicht. Es gibt hier auch Grillen. Wenn man so ein Brrrr hört, dann ist da wohl eine Grille irgendwo im Boden. Aber so gute Ohren habe ich nicht. Tut mir leid, Leute. Dafür ist bei mir das ja alles zu leise eingestellt. Ähm, Sprungi, Stabi. Und hopp. Gut, hat noch geklappt. So, hier rennen wir jetzt einfach her und stampen uns eine Schaufel und graben ein neues Fossil aus. Perfekt. Dann machen wir, oh, da ist noch eine Flaschenpost. Super. Dann fischen wir gleich noch ein bisschen. Äh, wir holen erstmal die ganzen Kokosnüsse. Ich weiß, Leute, ich könnte natürlich die Bäume direkt mitnehmen, aber ich will gar nicht so viele Kokosnüsse bei mir haben. Mir reichen eigentlich die paar, die ich habe. Damit das auch noch irgendwie ein bisschen was Besonderes bleibt und nicht irgendwie alles vollgestellt ist mit Kokosnüssen. Ich will ja einen ordentlichen Schand haben. So, ich wollte fischen, ne? Ja. Habe ich überhaupt noch eine Hage mit? Ja, habe ich. So, fischen wir so drei, vier Fische. Gucken wir einmal hier rum. Da ist ein guter Fisch. Ah, der andere ist aber größer. Und. Nice. So, was ist es? Seebarsch bestimmt, ne? Was ist das? Ein Karpfen. Karpfen habe ich schon gehabt. Soll ich in die Mitte gehen? Ich glaube, in der Mitte hat man bessere Chancen, oder? Ich glaube schon. Ich gehe mal in die Mitte. Und hopp. Ähm. Du, 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 du. Der Werkzeugring hätte etwas größer sein können. Und dass da die Ausrüstung direkt hinkommt. Und nicht manuell machen muss. Ach man, ey. Angeln ist nicht nur meins, Leute. Müsst ihr wissen. Aber jetzt habe ich ihn, glaube ich. So, was bist du schönes? Auch ein Karpfen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob Karpfen wirklich was cooles ist. Aber wir probieren den da auch noch aus. Aber der ist ein bisschen zu weit, oder? Ja. So, komm. Ah, schade. Der ist mittendrin. Aber wenn er zurückschwimmt, habe ich, glaube ich, Glück. Komm, schwimm mal wieder zurück. Komm, Fisch. Super. Oh, super. Direkt angebissen. Oh, Mann, ey. Ein Stiefel. Ist schon wieder belastet. Oh, Angeln kaputt. Okay. Dann, würde ich sagen, das war es für heute. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Zu Animal Crossing New Horizons. Rechts ist die Playlist. Links kommt ihr zu irgendeinem Video. Irgendeinem Video. Und ja, bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.